Hallihallo Leute wir sind wieder da mit Mario Kart 8 Hihoi! Und der Dirk darf sich wieder aussuchen Ist mir egal Wir fahren mal jemanden Der hat mir glaube ich schon lange nicht mehr Wird wahrscheinlich jetzt die Geister Ne die hatten wir erst Das war das letzte Rennen im letzten Video quasi Wie sieht der denn aus? Der hat voll die großen Kopfhörer Und die Brille hängt ihm auf der Stirn Oh neeeeee Ja genau Nicht schon wieder Ja Nerv Temee 1 Aus dem Nebraska Nebraska Na dann der kommt Der Polo kommt aus Mexico Ne ne Polo kommt aus Deutschland Ja Ja wird aber anders geschrieben Ah das habe ich jetzt nicht gesehen Der hieß Polo Oh ich dachte eigentlich bleibt jetzt stehen Ja ich auch Aber lieb schon mal ganz ähhh Ich bin heute der Metal Mario Und ich bin der Koopa mit Ähhh Ja Das ist Wieso soll es auch anders laufen Das geht grad so weiter wie es im letzten Video aufgehört hat Ist total unlustig Immer auf die kleinen Hä ich bin erster Dann habe ich Lust geschaffen Ja Wahrscheinlich grad eben Oh der hat ne Pflanze Das finde ich nicht lustig Ähm Ich bin einfach erster Moment bin ich dritter Läuft Äh voll durchgefahren Hab kein Power Hab kein Power Eingesammelt Und Hab dann da auch noch hängen Also bis jetzt läufts Naja Nicht wirklich Och nö nicht ins Gesicht Ja volle Lotte Ah da kann man ja boosten Das habe ich voll vergessen Wo? Da an dieser Anfangsstelle nach dem Ziel Diese Äh wo du links und rechts fang Genau hier wo diese Boppel sind Da wo jetzt da durchgefahren ist Da kann man boosten Oh der drohte Panzer Das finde ich nicht lustig Jaaaa Mach grads Maul zu Mach grads Maul zu Machs noch zu Es zieht Ich wollte grad fragen Ob du so Lackitu bist Nein Da kommt ein blauer Panzer an Heute nicht Oh nö Wie heute nicht Ja ich dachte der trifft nicht Ach du jetzt gehts rund Jaaaa Okay Woll grad sagen Der hätte mich fast ein zweiter noch getrunken Hi Dirk Hallo Ich bin hinter dir Ja ich weiß Der Rommel fährt vor mir Oder die Rommel Oder das Rommel Hier kannst du jetzt boosten Ja braun nicht Jetzt schieße erst mal das Rommelchen ab Ne Oh kacke ging voll daneben Hast du eigentlich grad diesen scheiß grünen Panzer auf mich geschossen? Ja das ist gut Ja ja das hab ich gesagt Uuuu Nein er ist voll in meine Richtung gelaufen Der lurch Kann ich mir halt mal weiter ins Gesicht Ist mir egal Oh ich bin vierter Da ist der Rommel Natürlich Kurz vorm Ziel werde ich jetzt noch siebter Yes ich bin erster Ich bin einfach kurz vorm Ziel noch sechster geworden Herzen glückwunsch mal wieder erst das war ja eine lange durchstrecke der hammer der dir kriegt jetzt in preis von mir ja und was ein keks mit deinem namen na dann ist mir egal es läuft Da kannst du hier eine Strecke nehmen. Okay, Scheiger Wasserfälle, die hatten wir auch schon länger. Doch, die hatten wir doch jetzt, oder? Ne, das war Yoshital. Na, egal. Ich mein, die hatten wir schon länger nicht mehr. Na, okay, das kann auch von mir aus auch Zufall fallen. Ja, das nimmt sich bei dem Strecke. Guck mal, der hat da gar keine Haare. Der rechte, ganz unten. Der zweite von rechts. Von rechts oder von links? Na, jetzt siehst du es nicht. Der Popo, da wo stand. Na, egal. Popo? Ja, der hat grad was gepostet. Ah. Unten, der zweite von rechts. Hm. Der, genau der. Ach so, ja, aber der ist doch links. Ne, rechts. Der zweite von rechts. Linke Seite? Ja, und rechts. Zweite von rechts. Na, egal. Oh Mann. Ja, wo ist denn, ich wollte wissen, wie der Glatzkop hieß. Popomania. Ne, die glaube ich nicht. Die Strecke hatten wir auch erst vor kurzem. Ja. Die wollte ich aber auch keinen Sack fahren. Oh. Déjà vu. Marcel. Marcel. Wo ist Marcel? Ja, da heißt einer Marcel. Ah. Boah, ich hätte nicht weggeklatscht. Pause, wenn du mir jetzt mein Power-Up weggenommen hättest. Komm, gib mir was Gutes. Hallo. Hör doch auch, um mich da an die Wand zu drücken, du Luech. Im Frosch-Gesicht. Ah, wieder kein Power-Up eingesammelt. Wieso krieg ich als jeder Platz Münzen? Wieso bin ich eigentlich neunter? Bin ich total unlustig. Sag ich eigentlich nur das erste Mal. Nö. Ich fahr hier gleich erstmal gegen den Stein. Hab der Marcel gesehen? Ich bin 10. Nein. Verschwendung des Grauens. Ach, natürlich. Ah, doch nicht. Hab ich Glück gehabt. Ja, der hat ihn voll nach hinten gepfeffert und hat voll getroffen. Na dann. Ist er voll der Ober-Pro-Mann. Nein, der fährt nicht mit. Ja. Ja, den hab ich auch eigentlich. Du Arschloch. Hat er sich abgeschossen? Nach hinten. Ah. Ja, vor den ersten. Meine Scheiße im Gesicht geht diesmal. Das ist nicht so tragisch. Eigentlich wegröterlich. Aber jetzt hat sich das hier erledigt. Ich bin soweit hinten. Wieso, du bist doch Vierter. Was willst du denn? Ja, aber von den anderen nicht will die wegröten. Ja, so. Ah, hier durch. Da musst du halt warten, bis der Rest kommt. Ich seh dich. Ich tröte dich. Ja, da kommt ein blauer Panzer. Ich hab keinen Power abbekommen. Ja, und ich fahre nur eine Krütze. Der hat mich mit dem roten Panzer abgeschossen, dann kriegt der halt von mir auch noch mal. Oh, da hab ich gedacht, ich krieg jetzt einen roten. Ey, ich bin einfach nur 8er. Ich bin 3er. Ja, ja, ich seh's. Und ich seh die anderen. Das ist schön für dich. Und du würd ich gerne weglatschen. Mach doch. Aber ich trau mich nicht. Doch, doch, doch. Weil ich treffen einen grünen Panzer eh wieder nichts. Ja, endlich krieg ich auch mal was. Scheiß. Da hätte ich mich fast selber ausgedockt mit einem grünen Panzer. Aber ich hab durch diese scheiß Rakete kann nur das Power-Up eingesammelt. Äh, wo's mein... Ah. Na, krieg's. Da kommt glaube ich ein blauer Panzer, ja. Da kommt ein blauer Panzer. Scheiße, scheißen Dreck, scheißen Dreck. Ich schaff's nicht mehr. Ja, dank dem blauen Panzer bin ich erster geworden. Ja. Na siehste, da kann ich mal sehen. Würde ich sagen, den hast du mir zu verdanken. Hast du den abgefeuert? Nein. Schade. Hätte mir ja nichts gebracht. Siehste, da sind alle deutschen Fahrer vorne. Ist das so, ja? Ja, ist so. Äh. Ah, mach doch links die Regen, den Regenbogen. Hat mir glaube ich auch schon länger nicht mehr. Ja. Und da der ja noch geht, siehste, wollen alle fahren. Der andere kommt aber fast gar nicht, gell? Ja, der ist ja auch scheiße. Der ist ja auch scheiße. Wobei, bei 50 Kubik oder 100 geht's ja noch so sehr, das Ding. Ja, nö. Ich find die Karte trotzdem zum Kacken. Ja, aber nur weil du da immer aufs Restbrett kriegst. Ja, weil ich die Kurve nicht krieg. Kurven? Ja, die Kurven. Du kriegst ja jede Kurve nicht. Doch, die erste krieg ich nicht. Ja, super. Aber nur die erste. Aber das ist ja eigentlich noch die schwierigste. Ne, stimmt gar nicht. Die letzte ist die schlimmste. Ja, vor allem wenn du dann noch auf die Speedy-Teile kommst, da kannst du das komplett knicken. Ja, ich kann sowieso komplett knicken. Aber, Problem haben wir ja nicht, fahren wir ja nicht. Ja, Gott sei Dank. Ja, so, jetzt geht's da mal weiter im Text. Der Popo! Ja, ja, das meinte ich doch vorhin. Der hat vorhin mal was geschrieben. Und da oben, siehst du, der Polo. Der Polo und der Popo. Kommt aus Mexico. Da war aber noch einer aus Mexico. Wie der eine da, wie heißt der nochmal? Weiß ich nicht. Ähm... Der Jorge González. Kommt er aus Mexico? Weiß ich nicht, ich glaub nicht, kommt er glaubt. Wie kommt er glaubt? Nee, was? Kommt aus Indien? Sprachfehler. Nee, der kommt doch aus. Ja, ich konnte an den Popo vorbeigeflogen bin. Äh, der kommt doch... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist mir auch wurscht. Mein ich zumindest. Wie er einfach erster ist und ich krebs hier schon wieder rum auf Platz 10. Falsch, den Zweiten. Ja, aber du warst grad eben. Oh, da hab ich das Ding fast zermal mit, ey. Diese Wrecking Ball. Ja, schau. Jaaaa! Genau. Der hat mich mit dem Grün-Panzer weg ist. Wesley Snipes, kennst du den? Ja, natürlich. Hallo? Kennst du auch den Wesley Pipes? Hahaha. Oh, echt jetzt. Fickt euch! Rommel, du gehst mir echt auf die Eier. Scheiße, scheiße. Oh, das war knapp. Oh, das war auch knapp. Oh Mann, hab ich keinen Power-Up eingesammelt. Und ich hab meins verloren. Jaaaa! Und schon wieder wurde ich weggesniped. Mit dem Grün-Panzer. Wie zielsicher die damit einfach sind. Ich bin einfach Dritter. Ich war Erster. Jaaaa! Du Arschloch! Ey, ich bin einfach Zehnter. Ich bin einfach nur Zehnter. Ich bin grad Sechster. Und die Scheiß-Karte ist schon wieder fast zu Ende. Kommt nicht mehr viel, ne? Komm, letztes Power. Bitte gib mir. Fünf rote Panzer. Oh, ich seh nix. Ich auch nicht. Und dann bei der letzten Kurve, weißt du wo die da... Ist doch Scheiße. Ah, Scheiße. Die hat noch einen Abgang gemacht. Ah, schade. Ich dachte, ich werd noch Dritter. Gerade so Sechster geworden. Ich hab die in der letzten Kurve rausgekegelt. Die ist von der Schränke geflogen. Du bist ja böse. Das fand ich gut. Ah, 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 ah. Immerhin bin ich Vierter noch geworden. Das war sehr nice. Naja, gut. Ich hab's zum Sechsten noch geschafft. Super stark angefangen, aber total schlecht geworden. Aber das ist bei der Karte fällt mir auf. Die ist eigentlich nicht schwierig. Oh, mach mal die Wolkenstraße. Die hat mal... Aber beim letzten Mal wollten wir die auch schon fahren. Und hat nicht funktioniert. Ja, jetzt... Wahrscheinlich nicht. Aber ich hab dir grad... Bin mir ins Wort gesprungen. Du wolltest schon noch was sagen. In der letzten Stunde. Ah, genau, genau. Da kommt mir so vor, dass die Schrecke an sich ist ja eigentlich nicht schwierig. Und auch eigentlich nicht lang. Aber ich hab so das Gefühl, da pfeffert's viele harte Power-Ups und so. Und dich halt voll wegdübeln kannst. Weil wir sind die Strecke jetzt schon öfters gefahren. Und mir ist jedes Mal aufgefallen, dass ich ziemlich am Anfang gut war. Und dann immer gegen Ende dann alles abbekommen hab und dann immer im Mittelfeld, unteres Mittelfeld dann gelandet bin. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt einfach, du hast halt keine großen Kurven drin. Das heißt, sind halt alle dicht beieinander. Ja, und da kriegst du halt direkt... Also kriegst du nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach. Ja. Hast du gesehen, welche Strecke wir fahren? Äh, ja, jetzt. Auf jeden Fall nicht die wir wollten. Ja, was hat denn der da für ein Ding? Ein Treikel? Treidel? Oder was? Ein Trike. Jaaa! Aber... Treidel war doch irgendwas anderes, oder? Weiß nicht. Ich kenn ihn nicht. Treidel, Treidel, Treidel. Doch, irgendwie sag mir das was. Du bist doch hier der Mechaniker, nicht? Nein, das ist nicht so was. Das ist, glaub ich, so ein Spielzeug gewesen. Oder für Kinder halt irgendwie. Treidel, Treidel, Treidel. Ach, keine Ahnung. Ja, erst muss... Na, wir sind noch nicht den roten Panzer nicht noch abgekriegt. Ja, den hab ich abgefeuert. Ich hab nur gesehen, dass deine Schrift vor meinem Bildschirm war, aber wo du jetzt irgendwie war's hab ich irgendwie nicht gemacht. Ja. Ach so! Ach so! Ach so! Ach so! Verräterus war also ein Verräter. Verräterus. Ach ja, macht das Spaß. Der schießt einfach seine roten Panzer nach hinten, ist der behindert. Hey! Ich wollte grad sagen, dass bloß ich krieg jetzt noch einer. Ja, natürlich, ja, du bist so hohl, du bist... Ey, dich hol ich, du bist so hohl, du schwimmst wohl gar nicht. Hahaha! Ja, genau! Ich bin einfach nur Elfter. Also... Ernsthaft? Bin ich dem grad wirklich in seinen grünen Panzer reingedriftet? Du kannst doch schießen, warum schießt du nicht? Weil ich kein Ziel von mir hab. Ich schon, ich hab hier einen Italiener von mir, den ich nicht nehmen kann. Den ist er von hinten, ne? Ja, den hätt ich jetzt aber gerne von morgen. Hätt ich fast fast ne Banane wie abgekriegt, du. Abgekriegt? Was? Ich hab gedacht, es wird ewig gut, aber ich bin einfach siebter. Ja, läuft bei dir, ne? Bei mir läuft gar nix. Ach, komm schon! Das kann nicht wahr sein. Ich krieg grad auch gefühlt alles ab, was es im Spiel gibt. Jaaaa! Ah, scheiße! Nein! Oh, Wichskrüppel! Ach man, ich bin die falsche Seite. Hallo! Und ich wollte da erst auch lang fahren. Hab dann aber noch das andere genommen. Und dann hat es aber mich richtig von der Karte gefickt. Ja, wir sind so übel gut grad einfach. Ja, ja. Läuft. Ja, ja. Dann musst du dich auch wieder spät entscheiden, wo du lang fahren willst. Und kein Power-Up eingesammelt. Nur wegen dem scheiß Tod da vorne dran. Hau ihn weg! Ach so, du hast nix zum Hauen. Ah, ich hab vergessen, ich muss ja tippen. Ja. Ich hab damals gesagt, man kann auch gedrückt halten. Das war ein Gerücht. Haha! Das war eine Lüge! Das war eine Lüge von mir selber. Ah, der wollte nur, dass ich verliere. Hat ja auch funktioniert! Der Lutscher hat mich wegge- pumpt! Die hat... Oh Mann, jetzt bin ich hier in die Schlucht reingefahren! Och nö. Kacke. Och nö, ich bin einfach neunter. Ich dachte, ich könnte sie noch... Aber ich habe dich nicht getroffen. Ich wollte dich ja nicht treffen. Ich bin extra nach ihm weiter rein. Ich wollte die alle wegbügeln, damit du da noch freie Schussfeld hast. Sind wir jetzt eigentlich durch? Gute Frage. Ich glaube, eins kommt noch. Dann sind wir ganz schön langsam. Oder? Ja, also ich bin mir eigentlich sicher, dass wir auch nur drei gefahren sind. Ach, zur Not haben wir jetzt dann halt einfach fünf Strecken. Da kannst du auch... Mach doch einfach die Regenbogen. Wollte ich auch gerade sagen. Als Special. Special. Weil wenn es jetzt ein Rennen zu viel ist, Herrgott, das ist halt so. Können wir auch mit leben. Dann müsst ihr uns halt noch länger ertragen. So, das nervt so wie die Sau, Mann. Das machen die mit Absicht. Die wollen uns ärgern. Also, jetzt den Regenbogen-Bulliver. Komm. Jetzt kommt bestimmt Hotz Autobahn. Na, flippe ich aber aus. Hätte ich nichts geben. Ah, nee. Wird's nicht. Oh! Ah, die wollten mal fahren. Ah, ja. Die wollten... War eigentlich schon jetzt dieses... Dieses Let's Play und das vorherigen Let's Play wollten wir schon mal fahren. Jetzt hat's mal funktioniert. Ah, da tu wir aus Sachsen. Da kommt äl Sachsen. Na? Die sprechen noch einmal so ganz kirmisch. Nein, echt? Ja. No. No, bon. Oui, oui. Nee, das sind die Franzosen. Das sind die, die bei uns hier neben dran wohnen. Ah, 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 ah. Nicht einfach in die Banane fahr. Die lang so offensichtlich da und ich bin einfach voll reingedübelt. Ich hab mit meiner Pflanze... Ja, Dreierpanzer. Ach, fick doch die Enne. Was, Dreierpanzer? Ja, ich hab... Also, da einer seine drei Panzer abgeworfen hat, einen, glaube ich, jetzt selber abgekriegt und einen hab ich kassiert. Ja, so gehört sich das. Ja, du bist ja neun, da? Du bist ja achter. Ja, das war ja der Scheiß hier mit diesen Scheißblitzen. Ja, ja, das ist dann auch komplett verdrängt. Einer hat's, glaube ich, weggeschossen. Blauer Panzer! Ja, natürlich! Trifft mich der Lurich wieder. Welcher? Der hat mit der Feuerblume nach hinten geschossen, während ich am Landen war und hat mich natürlich voll weggesnackt. Ich hab den blauen Panzer abgeschossen. Hey, Kollege, schnirschel, so nicht, ja? Ja, nee, der Roter Panzer, dein Ernst? Immer diese Kacke da im Gesicht, Mann. Das nervt wie die Sau. Was? Ich bin da abgestürzt? Really? Voll auf die Banane gefickt. Ernsthaft? Das läuft bei uns. Merkst du's? Ja, das ist gut. Was mach ich denn? Weiß ich nicht. Hauptsache, du bleibst hinter mir. Ey, Mann, ey. Haha. Hä? Wie, die können da durchfahren? Ja, der hat wahrscheinlich den Geleck wie Kacke. Oh, nee. Ja, ich habe auch. Ich aber auch. Ey, echt jetzt. Das auch wieder ein Stern gekriegt? Ich wollte gerade eigentlich sagen, da haben wir alle Sterne. Nicht an mich heransaugen. Hier? Nein. Dafür bist du da. Du bist doch mein Freund. Also. Nö. Oh, der hat Rocket Joe. Ja, kann man von dahinten. Und du hast die Super 8. Oh, wegen dem Lust bin ich abgestürzt, Mann. Jetzt ballert da alles raus. Bloß weg da. Ich will nichts ab. Ja, Rocket Joe. Wie, du hast ein Rocket? Ey, du hast doch gerade die Super 8 schon bekommen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Geh bloß weg. Wie, du bist siebter. Ja, Troll. Ja, Troll. Bin ich gut. Ich finde es echt zum Kotzen. Nein. Du hast wenigstens Dirk, musst du doch überholen. Bitte? Was? Wer hat das gesagt? Bitte? Kollege Schnürschuh. Oder Panzer. Ach, schade. Nein, du hast nur so ein Speedy-Ding gekriegt. Nein, ich wollte abkürzen. Komm, ich wollte. Hoffentlich wirst du Zehnter noch. Ja, neun. Ja, ach doch. Hä? Was war das denn? Hä? Ist mir egal. Na. Ah. Okay, hä? Hä? Naja. Also, dann sagen wir hier einfach mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.